Hi, ich bin der Kai und heute schauen wir uns mal an, wie wir in ePlan Pro Panel Zubehör zu Rittal Schränken hinzufügen können. Wir tauschen einmal das Schloss aus und auch die Türscharniere gegen 180 Grad Scharniere. Also viel Spaß dabei. Ich habe hier in meinem Bauraum Navigator schon mal ein Rittal AX1060 hinzugefügt und hier haben wir jetzt die Anforderung bekommen, dass wir zum einen den Türverschluss ändern sollen gegen einen Komfortgriff und die Türscharniere austauschen sollen gegen 180 Grad Scharniere. Bei den Rittal Schränken ist der große Vorteil, dass das Ganze in den Daten ja schon hinterlegt ist und so ist es ganz einfach möglich ist, das Zubehör auszuwählen. Was wir allerdings als erstes einmal machen müssen, ist natürlich das existierende Bauteil löschen. Und jetzt gehen wir einmal mit der Shift-Taste auf das Schloss und hier können wir auch mal noch STRG S drücken. Dann springen wir nämlich in den Bauraum Navigator direkt hier zu dem Schloss. Das heißt, wenn du hier unter Tür, Tür außen, Schrank Zubehör bist, wird das Ganze auch markiert und hier dann das untere und dann kannst du das entweder hier aus dem Bauraum Navigator löschen oder halt eben hier am Schrank direkt. Ich mache jetzt mal hier rechte Maustaste und löschen. Und lösche auch noch das zweite Schloss. Und jetzt markiere ich meinen Schaltschrank wieder, gehe über Einfügen und hier über Zubehör. Und hier oben möchten wir jetzt den Mini-Komfortgriff hinzufügen. Und hier gibt es jetzt verschiedene Einbauvarianten. Wir möchten einmal einen unten und einen oben einfügen. Also wählen wir erstmal Bottom aus. Dann ändern wir das Ganze nach Top und fügen auch das hinzu. Wenn wir jetzt OK klicken, wird das Ganze auch automatisch an der richtigen Position platziert und wir haben unsere Mini-Komfortgriffe hinzugefügt. Und jetzt möchten wir ja noch die Türscharniere austauschen. Um an die dran zu kommen, müssen wir natürlich erstmal die Türe ausblenden. Dafür gehen wir einmal auf die Türe hier im Bauraum Navigator, rechte Maustaste und hier ausblenden. Und jetzt können wir das Ganze noch ein bisschen rotieren und ranzoomen und können jetzt mit der Shift-Taste unsere Türscharniere markieren und löschen. Jetzt markieren wir wieder unseren Schaltschrank, gehen wieder über Zubehör und die Türscharniere findest du jetzt hier unter Accessories. Hier wählen wir das Ganze einmal aus. Und auch hier gibt es wieder verschiedene Einbauvarianten. Wir möchten jetzt Right Top haben und außerdem Right Bottom. Haben das jetzt hinzugefügt, klicken OK und dann werden auch diese automatisch an den richtigen Positionen platziert. Wenn wir jetzt auf unseren Schrank klicken und gehen auf Einblenden, alles, dann sehen wir jetzt auch unser neues Zubehör und alles ist schon an der richtigen Stelle. Hast du noch Fragen zu dem Thema Zubehör hinzufügen in ePlan.pro Panel? Dann schreib es gerne unten in die Kommentare. Außerdem empfehle ich dir auch noch dieses Video hier. Und wenn dir das Video gefallen hat, lass mir einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren und ich freue mich natürlich auch immer über neue Kanalmitglieder. Tschüss, mach's gut, bis zum nächsten Video.